Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und in diesem Video soll es mal um eine weitere super einfache Platin gehen. Das Game heißt Avoid Them Breakthrough Gaming Arcade. Ist jetzt seit ein paar Tagen, seit dem 6.6. im Playstore als Download erhältlich. Kostenpunkt 99 Cent, also auch noch eine extrem günstige Platin. Zeitaufwand circa 3 bis 5 Minuten für die Platin. Denn ich werde dir jetzt hier in dem Video einen super einfachen Trick zeigen, wie du direkt von Beginn an unverwundbar bist. Wie du wirklich gar nichts mehr machen musst für die Platin, außer dich in die Ecke stellen, nachdem du hier diesen Trick angewendet hast. Das Ganze werde ich dir jetzt hier in dem Video zeigen und los geht's. So, dann versuchen wir uns hier mal die Platin live und in Farbe zu erspielen. Ganz kurz, was ist zu tun? Du musst insgesamt 30.000 Punkte erreichen. Alle anderen Trophies bauen natürlich aufeinander auf. Dann wollen wir auch mal sofort hier die Anwendung starten. Ich werde dir mal ganz kurz meine Vorgehensweise erklären, was den Trick angeht. Du hast insgesamt drei Leben und der große Trick darin besteht, die ersten beiden Leben zu verlieren. Und mit dem letzten Leben kommen zwei Hindernisse runter und diese musst du exakt genau gleich treffen. Also genau in der Mitte, dass du von beiden Hindernissen parallel getroffen wirst. Und dann kommst du in den Negativbereich von dem Leben her. Das bedeutet, du bist dann im Endeffekt unverwundbar, unbesiegbar. Wie auch immer du willst, du kannst ja nicht sterben. Dann kannst du dich einfach in eine Ecke stellen, kannst ein Glas kalte Cola trinken und danach hast du die Platin dann im Sack. Ja, wenn ich es dir zeige, dann kannst du dir besser was darunter vorstellen. Wird gegebenenfalls ein paar Versuche dauern. Ist wirklich ein minimales Zeitfenster. Starten wir das Ganze mal. So, hier ist der erste. Ich weiß natürlich schon, wo sie runterkommen. Hier ist der zweite. Und die beiden musst du genau in der Mitte treffen. Ja, habe ich jetzt nicht ganz genau in der Mitte getroffen. Viel vorbei. Jetzt ist ganz, ganz wichtig. Anwendung schließen. Neu starten. So kommen dann die Hindernisse oder die Bälle, die runterfliegen, immer an der gleichen Stelle runter. Ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, funktioniert dann gegebenenfalls auch genau nur in dieser Kombination. So, jetzt wieder versuchen. Habe ich auch wieder nicht ganz getroffen. Du siehst, den einen habe ich nicht richtig abgeräumt. Also, es ist wirklich unheimlich schwer, auch wenn man weiß, wo sie sind. Es kommt wirklich hier auf einen ganz kleinen Fitzel an, so wie du die Bälle dann treffen musst. Dass sie beide hier komplett dich touchen, sozusagen berühren. So, das sieht gut aus. Und jetzt guck, was oben passiert ist. Trice, minus 1, minus 2, minus 3. Und hier ballert jetzt immer weiter der Score hoch. Ja, und jetzt kannst du hier machen, was du willst. Ich laufe jetzt hier ein bisschen links, rechts. Was weiß ich, weiche den Bällen ein bisschen aus. Ja, kannst du dir das Ganze in Ruhe angucken. Du kannst dich natürlich hier auch ganz stumpf irgendwo in die Ecke stellen. Was weiß ich, legst den Controller in die Ecke. Machst hier, machst quasi gar nichts. Wartest einfach, bis die Trophies reinkommen. Wartest auf die 30.000 Punkte. Das Ganze können wir uns natürlich jetzt hier noch ein bisschen angucken. Oh, hier muss ich jetzt nochmal X drücken. Du brauchst doch noch den Controller, damit es hier weitergeht. Ja, und so kannst du dir dann die Platin ganz easy und entspannt erspielen. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal noch ein bisschen laufen. Aber ich denke, ja, da gibt es letztendlich da nicht mehr viel zu beachten. Nochmal ganz kurz zur Vorgehensweise. Ja, ähm, du startest die Anwendung. Dann kommen die ersten Bälle runter. Du lässt dich zweimal treffen. Das dritte Mal lässt du dich natürlich auch treffen. Aber von diesen beiden Bällen wirklich exakt parallel. Dass bei beiden Bällen Touch dran steht, dass du getroffen wurdest. Schließt natürlich nicht die Anwendung. Oben die Tries rutschen sofort in den negativen Bereich. Da wird dann direkt Minus 1 stehen, ganz einfach. Ja, und dann hast du eben genau das, was hier passiert. Du siehst jetzt, ich bin jetzt gerade hier bei Tries Minus 13. Und dann kannst du es natürlich hier unendlich lange machen. Kannst dich bewegen oder auch nicht. Muss gerade, muss ab und an mal X bestätigen. Hast du jetzt gerade gesehen für, äh, für die Platin. Beziehungsweise hier für die nächsten Choffis. Mehr ist auch wirklich nicht zu tun. Kannst du dich hier entspannt in deinen Sessel zurücklehnen. Und darauf warten, dass oben endlich bei der Score, die 30.000 steht. Ist dann gleichbedeutend mit der Platin. Ich steige jetzt hier auch aus. Ich will das Video nicht in die Länge ziehen. Ich denke, ist klar, was dann hier in ein paar Minuten passieren wird bei mir. Ein Drittel ist jetzt geschafft. Das war's von mir. Check sehr, sehr gerne meinen Kanal für andere einfache Platins aus. Ich habe hier auch schon das Baseball Breakthrough Gaming Arcade platiniert. Space 2 und auch ganz neu das Track Spiel. Also vier einfache Platins. Alle für 99 Cent. Alle im Zeitrahmen von einer bis fünf Minuten, würde ich sagen. Schau da sehr, sehr gerne rein. Werde ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das war's von mir. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Hoffe natürlich, dass der Trick dann ganz normal funktionieren wird. Dass es nicht gepatcht wird. Ich gehe aber nicht davon aus. Das war's von mir. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Und tschüss.